Metta und ihre Folgen, darum geht es heute Abend. In der buddhistischen Praxis gibt es ja bekanntlich eine Vielzahl von Übungen. Und zu den zentralen und wichtigsten gehört sicher die Praxis von Metta, also die von Güte, Wohlwollen, Liebe. Bezogen auf den Achtwort habe ich bereits einige Facetten davon behandelt, besonders aus der Perspektive von Aviapada, also vom Ende des Übelwollens oder der Egozentrik. Heute möchte ich das Thema noch einmal vertiefen und ein paar Einzelaspekte von Metta erläutern und besonders die positiven Folgen einmal hervorheben. Ausgewählt habe ich dazu ein paar Lehrerstellen, die ich, wie ihr das kennt, kurz vorstellen und erläutern will. Ich fange an mit einem Text aus dem Itiwutaka, Itiwutaka 27. Das ist überschrieben die Entfaltung der Liebe, Metta Bhavana Sutta. Was es auch an verdienstwirkenden Mitteln im Bereich der Bezüge gibt, sie alle haben nicht den Wert eines Sechzehntels der gemüterlösenden Liebe. Die gemüterlösende Liebe begreift sie in sich und leuchtet und flammt und strahlt. Hier ist von Punja die Rede von verdienstvollem Tun. Und das meint eigentlich jedes förderliche, jedes wohlmehrende Handeln. Alles das wird verglichen in seinem Wert mit Metta. Und dabei hat Metta, wie wir hören, einen sehr, sehr hohen Rang. Und alles in seiner Bedeutung, alles andere in seiner Bedeutung, ist da nur ein Bruchteil davon. Tatsächlich ist Metta eine umfassende und viele gute Eigenschaften versammelte Haltung. Wie etwa die von Großzügigkeit, Rücksicht, Freundlichkeit, Achtung, Wertschätzung usw. Metta wurde hier als gemüterlösend bezeichnet. Also es war von Ceto Vimuti die Rede. Und tatsächlich ist ja Gemüt unsere aktuelle innere Verfassung, unser jeweiliges Gestimmtsein, das Zumute-Sein. Man sagt, wie man so im Moment drauf ist, wie man sich fühlt. Das ist das Gemüt. Und ein im Herzen verankertes Wohlwollend hat tatsächlich einen befreienden Einfluss auf unsere Befindlichkeit. Sie nimmt innere Spannungen, Verklemmungen, Verkrampfungen. Wo Metta anwesend ist, ist wie ein Pader abwesend. Wo Wohlwollend präsent ist, kann es keine Aversion, Aggression, Übellaune, böse Gedanken usw. geben. Ich muss allerdings hier eine wichtige relativierende Aussage nochmal betonen. Wir dürfen das im Text nicht überlesen. Denn da war ja die Rede von verdienstvollen Mitteln im Bereich der Bezüge. Seidenstücker sagt hier im Wandel sein. Das heißt, es ist gemeint, die Bedeutung von Metta in der Welt der Bedingtheit. Und das heißt zugleich, dass Metta einen bestimmten Bereich zugeordnet ist. Metta spielt innerweltlich, innersamsarisch eine Rolle. Sie hat eine wichtige, aber wie wir später noch sehen werden, eingeschränkte Wirkung. Sie ist, wenn man so will, noch nicht die letztendliche Antwort auf die existenziellen, die tiefsten existenziellen Fragen und Probleme. Sie hat nämlich noch feinste Bezüge zu gewordenen, zu bedingten, zu unvollkommenem insgesamt. Und eine kleine weitere Relativierung sei noch hinzugefügt. Metta ist ja die Grundlage der bramischen Existenz. Aber dort ist sie eben nur, in Anführungsstrichen, die erste, die unterste der vier Pramoviaras. Metta wird noch erweitert, überhöht durch Mitempfinden, durch Freude, durch Gleichmut. Das sollten wir eben auch behalten. Aber jetzt weiter im Text. Gleich wie etwa aller Sternenschein nicht den Wert eines Sechzehntel des Mondenscheins hat, dieser vielmehr jenen in sich begreift und leuchtet und flammt und strahlt, ebenso nun auch, was es da an verdienstwirkenden Mitteln im Bereich der Bezüge gibt, sie alle haben nicht den Wert eines Sechzehntels der gemüterlösenden Liebe. Die gemüterlösende Liebe begreift sie in sich und leuchtet und flammt und strahlt. Schon in der ersten Passage, die ich vorgelesen habe, wird gesagt, dass Metta leuchtet und flammt und strahlt. Das heißt, Liebe, Wohlwollen wird hier mit Licht in Verbindung gebracht. Und ganz konkret wird hier der Vergleich gezogen mit dem Schein der Sterne und des Mondes. Und alle Sterne zusammen, heißt es, haben weniger Lichtfülle als ein Sechzehntel des Mondlichtes. Da fragt man sich sicher, warum gerade ein Sechzehntel? Wie kommt man darauf? Nun, der Hintergrund ist das wechselnde Zunehmen und Abnehmen des Mondes. Und hier ist von der Phase gesprochen, wo nach dem Neumond, am ersten Tag, unmittelbar nach dem Neumond, der Mond sein allererstes, sein schwächtes Licht zeigt. Also schon die kleinste Sichel des Mondes hat mehr Leuchtkraft als alle Sterne zusammen. Und so ist es auch mit Metta. Metta heißt, die Welt wird hell. Denn Freundlichkeit lässt die Herzen, lässt die Gesichter, lässt die Welt erstrahlen. Aber dieser Vergleich mit Licht ist nicht von ungefähr. Und er ist auch gar nicht eine bloße Metapher, sondern er hat einen durchaus realen Gehalt. Denn alle Götterbereiche sind ja hellere Bereiche als die menschlichen und die untermenschlichen. Die Brahma-Welt, die Welt der Metastrahlung, ist ja nichts anderes als die reine Lichtwelt. Licht gilt ja als die feinst und zettilste Formerscheinung von Materie. Brahma sind Lichtwesen. Sie haben ein sehr stark vergeistigtes Dasein und sie erscheinen als Licht. Und in unserem Text sind noch zwei weitere Vergleiche angebracht. Gleich wie etwa im letzten Monat der Regenzeit, im Herbst, die Sonne am reinen, wolkengeklärten Himmel emporsteigend, alles Dunkel des Raumes verscheucht und leuchtet und framt und strahlt, ebenso nun auch, was es da an verdienstwirkenden Mitteln im Bereich der Bezüge gibt. Sie alle haben nicht den Wert eines Sechzehntels der gemüterlösenden Liebe. Die gemüterlösende Liebe begreift sie in sich und leuchtet und flammt und strahlt. Hier haben wir also nochmal eine Steigerung. Jetzt geht es um das Strahlen der Sonne. Wir haben da mit der Sonne natürlich eine ganz andere Dimension vor uns. Sie ist nicht nur wie beim Mond reflektiertes Licht, sondern sie ist ein direktes Licht mit noch viel größerer Wirkung. Sie vertreibt Regen und Wolken, alle Trübungen des Himmels, für was man so will. Sie löst Kälte und Finsternis auf. Und genauso verhält es sich mit Meta. Meta vertreibt die Trübungen des Herzens. Ein verdüstetes Gemüt verschwindet, wenn Wohlwollen aufsteigt. Meta steht für Wohlwollende zwischenmenschliche Wärme und Klarheit im Umgang miteinander. Gleich wie etwa nachts zur frühen Dämmerung der Morgenstern leuchtet und flammt und strahlt, ebenso nun auch, was es an verdienstwirkenden Mitteln im Bereich der Bezüge gibt, sie alle haben nicht den Wert eines Sechzehntels der gemüterlösenden Liebe. Die gemüterlösende Liebe begreift es in sich und leuchtet und flammt und strahlt. Hier wird noch ein zusätzlicher Aspekt aufgegriffen. Das Stichwort ist der Morgenstern, der an sich auch eine besondere Leuchtkraft hat. Er ist ja das hellste Gestirn kurz vor Sonnenaufgang. Und von daher war es immer schon ein auffälliges und beliebtes und auch besungenes Phänomen. Aber hier geht es nicht allein um seine Leuchtkraft, nicht um das Leuchten des Gestirns an sich, sondern es geht hier um seine Schönheit. Und wenn wir uns den Buddha anhören, dann hören wir immer wieder, dass er als das wahre Schöne die bramische Existenz benennt. Bramisches Dasein ist wahre Schönheit. Die eigentliche Schönheit ist die Reinheit des Herzens. Auf innere Schönheit bauen heißt ja die Lauterkeit der Samadhi-Zustände ins Auge fassen. Das ist vielleicht als kleiner Auftakt, dass wir den Zusammenhang sehen zwischen der Leuchtkraft von Meta. Und jetzt gehe ich zu dem Thema über der elffache Segen der Güte. Das ist ein Text aus dem Angutharenikaja 11. Buch, die 16. derit. Das heißt auch Meta-Sutta. Hat man die Güte, die Gemüterlösende gepflegt, entfaltet, häufig geübt, sie zur Triebfeder und Grundlage gemacht, sie gefestigt, großgezogen und zur rechten Vollendung gebracht, so hat man elf Vorteile zu erwarten. Welche elf? Man schläft friedlich, man erwacht friedlich, hat keine bösen Träume, ist den Menschen lieb, ist den übermenschlichen Wesen lieb, die Gottheiten schützen einen. Feuer, Gift und Wasser können einem nicht schaden. Schnell sammelt sich der Geist, der Gesichtsausdruck ist heiter. Ich finde, das ist ein ansehnlicher Katalog von sehr erfreulichen Folgen von Meta und da lohnt sich sicher mal ein genauer Blick. Natürlich sind die Mitmenschen, die Mitwesen generell Profiteure von gezeigter und praktizierter Meta. Denn deren Leben wird dadurch unbelasteter, angenehmer, freudvoller, harmonischer. Aber zugleich ist auch die karmische Rückwirkung auf den Praktizierenden selbst zu beachten. Denn ein wohlwollender, gütiger und freundlicher Mensch wird selbst Nutznießer davon sein. Und hier in unserer Lehrrede der A1116 werden nun verschiedene wohltuende Auswirkungen aufgezählt. Insgesamt sind es elf von sehr unterschiedlicher Bedeutung. Manche sind eher vordergründig und naheliegend. Aber es gibt auch solche mit bedeutender und besonderer Fern- und Tiefenwirkung. Schauen wir uns das mal an. Man schläft friedlich. Man erwacht friedlich. Man hat keine bösen Träume. Ich habe vorhin schon über die gemüterlösende Eigenschaft von Meta gesprochen. Und Meta ist ja gerade eine innere Verfassung ohne Druck, ohne seelische Enge. Meta ist eine Gesinnung der Streitlosigkeit. Da ist keine Abwehr, kein Widerstreben, keine Gegenwendung. Meta hat ausgleichende, harmonische oder harmonisierende, befriedende Wirkung. Ein Meta-Herz ist besänftigt, es ist beruhigt, es ist gesammelt, es ist geeint, es ist gestillt. Und da kann man sich leicht vorstellen, dass aus der tiefen Dimension einer solchen Psyche auch entsprechende Wirkungen ausgehen auf die bewusste, akute Ebene des Erlebens. Das konkrete Erleben wird unbeschwerter, es wird leichter, es wird freier. Und das betrifft neben dem Wachbewusstsein, wie wir hier hören, auch die Schlafphase. Man schläft leicht ein. Warum? Nun, man ist unbeeinträchtigt von eventuellen Gewissensbissen. Man hat keine Skrupel gegenüber unsauberen Handlungen, die man vielleicht begangen hätte. Da gibt es keine Sorgen hinsichtlich unbequemer Folgen aus seinem Tun und Lassen. Tadel, Kritik, Verfolgung, Bestrafung werden nicht erwartet. Und deshalb wird man auch von schlimmen Träumen nicht behältigt. Denn ein befriedetes Herz kann nicht der Verursache von bedrängenden und beängstigenden Erlebnisbildern sein. Und dem entspricht auch ein sorgenfreies Erwachen, weil man nicht an die bedrückenden Gedanken von gestern anknüpfen muss. Da ist kein Streit, da ist keine Auseinandersetzung für den kommenden Tag zu befürchten. Das heißt, diese Wirkungen treten ein und sind, wenn man es sich mal genauer anschaut, gar nicht besonders überraschend, sondern eher leichter nachvollziehbar, dass dieser Zusammenhang zwischen der inneren Statur der Psyche, der inneren Verfassung der Psyche und dem Erleben gegeben ist. Der nächste Satz lautete, man ist den Menschen lieb. Das ist ebenfalls, scheint mir, plausibel. Wenn man selbst Wohlwollen zeigt, wird man auch eher Zuneigung im eigenen Leben erfahren. Denn einem Wohltätiger gegenüber wird man selbstverständlich auch freundlicher eingestellt sein. Und umso mehr, wenn diese gütige Haltung eine feste Charakterheigenschaft ist. Und das auch umso mehr, je weiter der Aktionsradius eines solchen Menschen ist. Wenn man so will, betrifft diese Aussage die soziale Dimension des Lebens. Da wird Metta geschildert als ein hervorragender Weg, um die menschlichen Beziehungen zu glätten und zu harmonisieren. Die Ausgeglichenheit des Herzens führt zu Ausgeglichenheit in der zwischenmenschlichen Begegnung. Man ist den übermenschlichen Wesen lieb, die Gottheiten beschützen einen. Das ist nun für manche, gerade westlichen Menschen, ein Satz, den sie eher skeptisch betrachten. Nun, jenseits, jenseitige Wesen, Einwirkung, Jenseite, Jenseitige. Ist es nicht ein überholter Mythos, ein Aberglauben? Man wird also leicht die Akzeptanz dieser Frage verneinen. Nein, man wird an diese Aussage nicht zurecht glauben wollen, obwohl unterschiedliche Daseinsbereiche für viele Menschen nach heute noch eine unbezweifle Erfahrungstatssache sind. Jenseitskontakte insgesamt, glaube ich, sind häufiger, als man allgemein annimmt. Um auf das Stichwort von vorhin nochmal zurückzukommen, hier sind wir nochmal bei der sozialen Dimension des Lebens. Aber wir werden sie hier sehr viel umfassender verstehen, weil es nicht nur um die zwischenmenschlichen Bezüge geht, sondern auch darüber hinaus. Nach den zahlreichen Aussagen des Buddha selbst ist das, worüber er hier redet, nichts als eine selbstverständliche Realität. Denn er sagt immer wieder, in den menschennahen Deva-Bereichen gibt es durchaus Interesse für die menschlichen Belange. Gerade bei den Deva der vier großen Könige und der Götter der 33 ist Fürsorge und Hilfe für die Menschen sozusagen Programm. Es ist Teil dieser Lebensgestaltung. Und wenn wir über sogenannte Schutzengel reden, werden wir feststellen, dass das nicht nur im christlichen, sondern auch im buddhistischen Gedankengut völlig verwurzelt ist. Das mögen frühere Bekannte sein, Verwandte, Freunde oder auch sonst entsprechend Tätige, die sich einfach um Menschen und deren Belange kümmern. Und das geschieht natürlich auch lieber und konsequenter, wenn sich die Schutzbefohlenen als würdig erweisen. Auch bei den Deva gilt, Wohlwollen fällt einem Wohlwollenden gegenüber schlicht und einfach leichter. Nächster Punkt, auch ein Knackpunkt. Feuer, Gift und Waffen können einem nicht schaden. Ich sagte schon, das ist ein Knackpunkt für den kritischen, abendländischen Geist. Der kann diese Behauptung wahrlich nicht für bare Münze nehmen. Er kann sie allenfalls symbolisch oder metaphorisch deuten. Der Hauptgrund dafür ist seine fatale Materiegläubigkeit. Er stellt nämlich gewohnheitsmäßig die Wirkungsmöglichkeiten des Materiellen über die des Geistigen. Und er sieht deshalb den Körper, den Einwirkungen durch Feuer, Gewalt usw. zwingend ausgeliefert. Und deshalb auch gibt es immer wieder im buddhistischen Kontext Erklärungen, die dieser Haltung oder dieser Skepsis entgegenkommen. Da ist zunächst mal die psychologische Deutung. Sie wird unterstellen, ja, Feuer, Gift und Waffen können den Körper zerstören, aber sie tangieren den Betroffenen innerlich nicht. Seine gutmütige Haltung bleibt davon unberührt. Er bleibt bei diesen schrecklichen Ereignissen, bei diesen verletzenden Ereignissen unverstört. Nehmen wir das Beispiel, das mir einfällt, von dem Mönch Upasino. Das finden wir Samyotanikaya. Der wird nämlich von einer Schlange gebissen. Und der Körper geht an diesem Gift zugrunde. Aber Upasino identifiziert sich nicht mit seinem Körper. Er verbleibt in völligen Gleichmut. Und kann auch ohne jegliche Aversion gegenüber der Schlange bleiben. Die zweite Variante wäre sowas wie eine karmische Deutung. Sie besagt, dass sich Meta-Wesen einfach durch ihre Herzensart eine Zukunft schaffen, ohne derartige Betonung. Nicht mit anderen Worten. Meta-Wesen haben, anders gesehen, auch aus früherem Wirken heraus, jetzt sich eine gefahrlose Gegenwart geschaffen. Und da fiel mir ein, der freundliche und friedliche Aeinander. Der war durch seine Art bei allen beliebt. Er hatte Zeit, lebens keine Anfeindungen zu erleben. Keine Bösartigkeiten, keine Angriffe auf ihn. Bei ihm ging sozusagen in seinem ganzen Leben alles glatt. Ich sage bewusst, dass beide Deutungen nicht falsch sind. Aber sie lassen einen wichtigen Gesichtspunkt außer Acht. Sie verzichten nämlich darauf, dass es auch ein wörtlicheres Verständnis gibt, das ebenso legitim und richtig ist. Denn Meta ist ein tatsächlich hochwirksames Potenzial. Meta ist eine hochwirksame psychische Kraft mit geradezu außerordentlichen Möglichkeiten. Dazu will ich ein paar Beispiele nennen. Ich möchte hier ein bisschen weiter ausholen, weil wir gerade da größere Schwierigkeiten am Verständnis haben. Wir sprechen nochmal über einen Mönch, der in Savati lebt und dort auch von einem Schlangenbiss gestorben ist. Seine Mitbrüder gehen zu dem Erwachten, berichten den ganzen Vorfall und fragen nach, um was es da eigentlich gegangen ist. Der Buddha gibt folgende Antwort. Sicherlich hat jener Mönch die vier Königsfamilien der Schlangen nicht mit gütigem Geiste durchstrahlt. Hätte nämlich jener Mönch die vier Königsfamilien der Schlangen mit gütigem Geist durchstrahlt, so wäre wahrlich jener Mönch nicht von einer Schlange gebissen worden und gestorben. Nun, Schlangen sind ja in Indien so etwas wie alltägliche Begleiter der Menschen. Da ist es schon gut und sinnvoll in gute Beziehung mit ihnen zu treten, was offensichtlich geht. Aber der genannte Mönch war offensichtlich nicht so gut drauf und hat nur unzulänglich für seinen Selbstschutz gesorgt. Er hat nicht genug Wohlwollen den Tieren gegenüber gezeigt, oder es war auch vielleicht gar nicht vorhanden. Mit anderen Worten, sein Metapotenzial war noch nicht genügend entwickelt und die Folgen entsprechend mangelhaft. Die Tiere haben ihm gegenüber auch entsprechend distanziert gehalten und empfunden. Eines war vermutlich gestört durch ihn oder hat sich bedroht gefühlt und hat entsprechend zugebissen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Der Schutz gegen Gift war bei diesem Mönch nicht ausreichend gewährleistet. Ein ganz anderes Beispiel, jetzt kommt der Buddha selbst ins Gespräch. Ich rede über ein Jataka. Der Buddha und Nala Giri heißt dieses Jataka. Und das spielt zu der Zeit der Mordanschläge Devadatos auf den Buddha. Mehrere beauftragte Mordversuche sind schon gescheitert und Devadatta will jetzt die Sache selbst in die Hand nehmen. Und da erinnert er sich an den überaus wilden Königselefanten Nala Giri. Er geht zum Elefantenbändiger hin und gibt ihm die entsprechenden Anweisungen. Er sagt, macht das Tier betrunken? Wenn der Buddha durch die und die Straße geht, lässt du das Tier auf die Straße, treibst es hinaus und schickst es dem Buddha gegenüber. Und genauso geschieht es und das Tier rast mordlustig durch die Kassen. Als nun der Elefant den Erhabenen daherkommen sah, lief er, indem er die Menschen erschreckte, die Häuser zerstörte, die Lastwagen zu Staub zermalmte, indem er den Rüssel ausstreckte und Ohren und Schwanz hochstellte, wie ein herabstürzender Berg auf den Erhabenen zu. Als ihn die Mönche sahen, sprachen sie zu ihm, Herr, dieser Nala Giri, der wilde, grausame Menschentöter, ist in diese Straße gekommen. Zurückgehen, Herr, möge der Erhabene, zurückgehen, möge der Heilige. Doch der Meister antwortete, fürchtet euch nicht, der Mönche, ich bin stark genug, den Nala Giri zu bändigen. Und genau das geschieht mit der besonderen Wetterkraft eines Buddha. Es gelingt ihm, das Tier durch Liebestrahlung völlig zu beruhigen. Er spricht besänftigt auf den Elefanten nahe und ist leicht nachvollziehbar, wie groß und wie stark diese Kraft gewesen sein muss. Aber ich denke, im Klein-Klein unseres Alltags ist dieser Vorgang von Meta-Wirkung durchaus bekannt. Und eine liebevolle Mutter kann ja einen lindernden Einfluss auf ärgerliche oder traurige Kinder haben. Und beruhigende Worte, das weiß man ja aus eigener Erfahrung, dämpfen oft den Zorn eines aufgebrachten Menschen. Ich will diese Spur aber noch weiter verfolgen und will zeigen, wie weit der Schutz vor Gefahren durch Meta reichen kann. Das Stichwort, das wir eben hatten, war ja, Feuer, Gift und Waffen sind ohne Macht. Und ich will dafür, bevor wir weitergehen, nochmal den vorhin übergangenen Text oder die Textpassage näher beleuchten, über die wir vorhin so schnell hinweggegangen sind. Das ist für unser Verständnis auch des nur Folgenden nötig. Da hieß es, hat man die Güte, die Gemüterlösende gepflegt, entfaltet, häufig geübt, sie zur Triebfeder und Grundlage gemacht, sie gefestigt, großgezogen und zur Rechten Vollendung gebracht, Punkt, Punkt, Punkt. Dann treten die Folgen ein, von denen ich eben sprach. Hier wird also die erforderliche, besondere Qualität von Meta, geradezu möchte man sagen, eingehämmert. Da geht es eben nicht nur darum, dass man einmal ein paar liebevolle Gedanken hat oder hier und da mal ein freundliches Wort sagt. Alles nicht schlecht, aber reicht nicht aus. Denn der Buddha sagt hier mit acht unterschiedlichen Worten, mit acht unterschiedlichen Ausdrücken, dass es notwendig ist, zu einer tiefen Verankerung von Meta zu kommen. Es geht um ein intensives Hineinfinden in Meta. Ein dauerhaftes, nachhaltiges Sich-Eingewöhnen in diese Haltung ist erfordert. Das Herz muss, wenn man so will, von Wohlwollen völlig durchdrungen sein. Es muss ein Meta-Chitta, ein Meta-Herz werden. Anders formuliert, unsere Psyche muss völlig umgebildet werden. Sie muss gewissermaßen auf ein Samadhi-Niveau gehoben werden. Denn die Meta-Strahlungen, um die geht es ja im Kern. Die Meta-Strahlungen sind ja ein Samadhi-Zustand, der der ersten Vertiefung, dem ersten Chana entspricht. Und wenn das eintritt, wenn das vorhanden ist, hat man damit zugleich die Erlebnis-Ebene der Sinnenwelt? Ja, verlassen, man ist ihr geradezu entrückt. Die Brahma-Vihara haben mit der Karma-Welt nichts mehr zu tun. Die Sinnen-Dinge können einen dann auch nichts mehr anhaben. Sie sind unwirksam, man kann sagen, für den Betreffenden geradezu wenig da. Und das möchte ich am Beispiel der Lebensgeschichte von Königin Samavati verdeutlichen. Sie war eine Zeitgenossin des Buddha und man kann sagen, sie war ein wahres Meta-Wesen. Sie lebte als Kind in einem Dorf im Land Vamsu, zunächst in ganz einfachen Verhältnissen. Aber eine Pest-Epidemie treibt sie mit ihren Eltern in die Hauptstadt Kusambi. Und dort sterben ihre Eltern ganz schnell an dieser Krankheit. Und Samavati, die Kleine, fällt dem amtlichen Speiseverteiler auf. Die Gemeinde hat da einen Speiseverteiler bestellt, der sich um die Flüchtlinge kümmern soll. Und dem fällt nun das Mädchen auf. Sie hilft ihm zunächst ein bisschen bei seiner Aufgabe. Und dieser Beamte ist von ihrem guten Wesen beeindruckt und nimmt sie sogar als Pflegetochter auf. Und mit der Zeit wird das Mädchen bekannt, sodass irgendwann der Finanzminister Gosital kommt und sagt, nee, die will ich als meine Pflegetochter. Und schließlich, wie es dann sich nur in Romanen vorkommt, steigt sie auf bis ins Königshaus und wird schließlich zur dritten Hauptfrau und zugleich zur Lieblingsfrau von König Udeno. Aber diese erstaunliche, in Anführungsstrichen, Karriere verändert ihren Charakter und ihr Verhalten überhaupt nicht. Sie bleibt nach wie vor bescheid, freundlich, wohlwollend und anschließt sich den Dama kennen, was sie in ihrer Haltung und ihrer Lebensführung nur noch bestärkt und schafft, wie es heißt, am Ende sogar die Nicht-Wiederkehr. Und gerade Metta ist ein überaus fester Wesenszug von ihr, der ihr über manche gefährlichen Konflikte und Krisen hinweghilft. Ich will zwei herausragende Ereignisse mal kurz vorstellen und das demonstrieren, welche Art oder welches Wesen und welche Wirkung Metta haben kann. Eine der lieben Frauen von Samarwati, die übrigens alles buddhistische hasst, will ihr verderben. Und sie hättet immer wieder den Mann gegen sie auf, zunächst ohne Erfolg, aber irgendwann klappt das, denn sie versteckt eine Giftschlange in dem gemeinsamen Gemach und als König der Udenodame auftaucht, sieht er die Schlange, fühlt sich verraten und bedroht und er, der sehr nah beim Jetson wohnt, schießt in seiner Wut einen Pfeil auf die Frau ab, der aber an ihr nur abprallt. Sprich, die Kraft ihrer gesammelten Psyche, ihrer Metta-Psyche, ist stärker als die Kraft der Pfeilspitze aus Metall. Udeno erkennt sofort die Unschuld seiner Frau, wobei die Urheberin der Intrige noch unentdeckt bleibt. Einige Zeit später plant dieselbe Frau erneut einen Mordanschlag auf Samarwati, soll aber das Ganze als Unglück erscheinen. Und diese Frau lässt in der Nacht von Helfershelfern den gesamten Frauentrakt des Königspalastes anzünden. Samarwati kommt im Schlaf um und mit ihr alle anderen Frauen des Harems. Diese Lebensgeschichte, die ich nur kurz skizzieren kann, ist für unseren Zusammenhang sehr aufschlussreich. Unter der Voraussetzung aber, dass die heutigen Verständnisblockaden überwunden sind. Man darf hier nicht von einer allein materialistischen und materiellen Ursächlichkeit ausgehen. Man muss von dem materialistischen Verständnis der Realität wirklich abrücken. Man muss eine andere und tiefere Wirklichkeitsebene vor sich haben. Man muss die Realität der Psyche beachten und auch begreifen. Alle diese Vorgänge, um die es jetzt geht oder überhaupt geht, sind ja nur, was heißt nur, sie sind Inhalte des Erlebens. Sie haben keine Realität im materiellen Sinn, sondern die geschilderten Ereignisse. Alle geschilderten Ereignisse sind Gestaltungen des Herzens. Kommen wir zu dem Unverletztbleiben durch den abgeschossenen Pfeil. Ja, was ist passiert? Im Zustand voller Metastrahlung ist eine gewaltsame Einwirkung von außen unmöglich. Der eigene Körper ist jetzt in einem Samadhi-Zustand. Er ist transformiert in einen Samadhi-Zustand. Er ist noch in der Welt, aber nicht mehr von der Welt, um ein christliches Wort hier mal zu gebrauchen. Das materielle Körper ist gegenwärtig weitgehend vergeistigt. Ganz anders aber ist es bei dem Brandanschlag, bei dem Samadhi umkommt. Das scheint ein scheinbarer Widerspruch zu sein, aber ist doch erklärbar. Denn im Schlaf war diese Frau in einem anderen inneren Modus, eben nicht in der Metastrahlung wie vorher, von daher war ihr Körper ungeschützt und verletzbar. Er war den Gesetzen der Sinneswelt unterworfen. Wahrscheinlich oder ganz sicher war da noch eine alte karmische Rechnung offen, die jetzt präsentiert worden ist. Aber sie als Nichtwiederkehrerin blieb natürlich völlig unberührt von diesem Vorgang. Ihr physischer Körper im Karmalukka in der Sinnenwelt, der wurde vernichtet, ja. Aber ihr reines, ihr bramisches Herz blieb völlig unversehrt. Und es ist ganz sicher, dass sie als Nichtwiederkehrerin im Formbereich wieder erschienen ist, also im Bereich der bramischen Form, um dort ganz zur Freiheit zu gelangen. Aber wir sind ja mit unserer Lehrrede vom elferen Segen der Güte noch nicht am Ende. Es bleiben noch ein paar, genau gesagt vier Folgen von Meta übrig, die ich nicht unter den Tisch fallen lassen möchte. Der nächste Punkt, schnell sammelt sich der Geist. Im Übrigen heißt es im Palietext nicht Geist, Mano, sondern, wie wir das uns vorstellen können, Citta, Psyche. Das Seelische ist hier gemeint. Denn Meta ist ja eine Haltung jenseits, gemüthafter Missklänge ohne inneren Widerstreiten ohne Konflikte. Und in dieser Verfassung ist das Herz, ist das Citta schon weitgehend gesammelt und innerlich geeint. Und wenn man diesen Schritt weiter geht, wenn man diesen Vorgang weiter vervollkommnet, ist der Übergang zur vollständigen Einigung, zum vollständigen Samadhi ja gar nicht weit. Die Ebene der Strahlung, der Brahma-Vihara, ich erwähnte es schon, ist die Ebene ja auch der Vertiefung. Der Gesichtsausdruck ist heiter. Es liegt auf derselben Linie. Jetzt werden die Folgen von Meta für die körperliche Verfassung gezeigt. In unserer Zeit sind psychosomatische Zusammenhänge längst kein Geheimnis mehr. Und wenn man weiß, wo seelische Verkrampfungen sind, gibt es noch körperliche Verspannungen. Sorgen, Kummer, Ärger erzeugen Magengeschwüre. Gallen-Nieren-Beschwerden sind da nicht weit. Akuter Zorn, Wut führt zu verzerrten Zügen. Unschönes Aussehen, das ist eine gelegentliche Alltags-Erfahrung. Und umgekehrt gilt es genauso. Die innere Ausgeglichenheit des Menschen zeigt ihn körperlich locker und gelöst. Wo wohlwollende Gedanken sind, da ist ein wohlwollendes Lächeln nicht wirklich weit. Und wenn man es gut meint mit jemandem, kann man leicht auch ein freundliches Gesicht machen und entspannte Züge zeigen. Man hat einen unverstörten Tod. Auch das Lebensende, das Ablegen des physischen Körpers ist eher unbeschwert. Wörtlich heißt es in Pali, in dieser Situation wird man nicht in Verwirrung geraten oder in Verwirrung sein. Das Gemüt bleibt ruhig, bleibt ausgeglichen. Und warum? Ja, die Herzensbeschaffenheit, die Meta-Beschaffenheit des Herzens ist der Garant dafür. Da gibt es mehrere Beispiele, die man nennen kann. Wer in dieser Situation vor dem Übergang steht, der braucht sich keine beunruhigenden Gewissensbisse zu machen. Er wird keine Reue haben, er muss sich keine üblen Taten vorwerben. Das sind keine offenen Rechnungen, keine unbewilligten Konflikte, Er kann angst- und sorgenfrei bezüglich der Zukunft, bezüglich des Weitergehens sein, weil nennenswerte karmische Altlasten ihn nicht stören. Das Ablegen des Körpers ist daher relativ leicht möglich, denn wenn es noch so etwas gibt wie eine Ich-Identifikation, dann wird sich der Betreffende weniger mit seinem Körper identifizieren als mit der eigenen Psyche. Und da ist, wenn Meta vorherrscht, ja wirklich kein Problem. Das Verlassen der Welt, kann man auch sagen, wird ohne Verlustgefühl stattfinden. Warum? Weil das innere Wohl eines gesammelten Herzens immer größer und anziehender ist, als alle zurückgelassenen Sinnesfreuden. Kommt ein letzter Punkt. Und sollte man nicht noch zu Höherem vordringen, so wird man in der Brahma-Welt wiedergeboren. Das ist also jetzt ein Blick auf die nachtodliche Zukunft, wenn man so will, auf die Fernwirkung von Meta. Ein Meta-geprägtes Herz oder Meta-geprägte Herzensqualität ist ja eine pramische Herzensqualität. Und die prädestiniert, wenn sie ausreichend ausgebildet wird, für das Wiedererscheinen im Rupa Loka, also in der Welt der reinen Formen, der Welt des Herzensfriedens. Wenn nicht, ja, ein Schritt in die völlige Freiheit darüber hinaus auch noch vollzogen ist. Also über alles Bedenkte hinaus, aber dazu sind freilich bekanntlich noch andere Schritte zu tun. Wir haben vielleicht noch einen Moment Zeit, um uns eine letzte und dritte Lehrrede anzuschauen. Sie kommt auch aus dem Anguttare Nikaya, 7. Buch, 58. Rede. Sie ist überschrieben der Segen gütiger Gesinnung, Pali auch Meta-Zutra. Dort sagt der Erwachte folgendes. Fürchtet euch nicht vor guten Taten, denn sie sind gleichbedeutend mit Glück. Ich weiß aus Erfahrung, dass mir für das Gute, das ich während langer Zeit getan habe, lange Zeit hindurch erwünschte, erfreuliche, angenehme Früchte zuteil wurden. Es ist ja ein generelles Leitbild der buddhistischen Praxis, dass man die karmischen Zusammenhänge kennt und auch beachtet. Angemessenes Tun und Lassen hat erfreuliche Folgen. Das gilt für den Empfänger wie für den Handelnden selbst. Eine intensive Betätigung hat entsprechend weitreichende Ergebnisse. Feste Gewohnheiten bei heilsamen Verhaltensweisen haben entsprechend nachhaltige, gute Folgen. Und wie zu zeigen, ist diese Aussage natürlich ebenfalls für Meta gültig. Und hier werden ja gerade langfristig, also kosmische Entwicklungsperioden ins Auge gefasst. Der Buddha berichtet, oder ich muss sagen, der Bodhisattva, also der werdende Buddha, berichtet in dieser Lehrrede über sich selbst. Sieben Jahre lang übte ich gütige Gesinnung. Nachdem ich sieben Jahre lang gütige Gesinnung geübt hatte, kehrte ich für die Zeit von sieben Weltuntergängen und Weltentstehungen nicht mehr zu dieser Welt zurück. Ich betone noch mal, dass diese Aussagen wie immer erfahrungsbezogene Aussagen sind und nicht spekulativer Natur. Der Erwachte sagt ja immer wieder, was ich euch mitteile, das weiß ich, weil ich es erfahren habe. Und hier sagt er, ich übte gütige Gesinnung. Man müsste nach dem Pali-Wort besser sagen, ich bildete oder entfaltete das Herz in Meta aus. Also das ist mehr, wie gesagt, als nur Meta Gedanken haben, sondern es meint ja die eigene Psyche entsprechend umbilden. Erinnern wir uns noch mal dran. Die Psyche ist die Quelle der Ich- und Welterscheinungen. Alles erleben, erfolgt nach den Qualitäten der Psyche. Ist dem Chitta ganz in Wohlwollen und Liebe ausgebildet, hat man, wie vorhin geschildert, bramische Herzensqualität erworben. Und bramische Qualitäten lassen in der Welt der reinen Form wieder erscheinen. Also das ist der Daseinsbereich jenseits bloßer Sinnesfreuden. Das ist der Bereich des inneren Wohls. Und hier hören wir von dem Bodhisattva, dass er selbst diese Übung sieben Jahre auf sich genommen hat. Und man kann sich vorstellen, dass das seiner Persönlichkeit gemäß äußerst konsequent und gründlich gewesen sein muss. Deshalb sind auch die karmischen Folgen entsprechend weitreichend. Nämlich, dass sieben Weltperioden er nicht mehr im Sinnenbereich, also nicht mehr im Karmaloka, wiedergeboren ist. Und man könnte auch sagen, dass Meta eine wichtige transzendierende Eigenschaft hat. Meta ragt über die Sinnenwelt hinaus und führt über die Sinnenwelt hinaus. Sie zeitigt also ganz andere zeitlich-räumliche Erlebensdimensionen. Und das konkretisiert er jetzt nochmal. Als die Welt am Untergehen war, da erschien ich unter den strahlenden Göttern wieder. Als die Welt wieder neu entstand, da trat ich in einem leeren Brahma-Palast in Erscheinung. Dort war ich der Brahma, der große Brahma, der Sieger, der Unbesiegte, der Allsehende, der Allmächtige. Also wir sehen, dass hier Meta im Kontext mit der Entwicklung ganzer Weltperioden, ganzer Weltzeitalter gesehen wird. Und da wird zunächst gesprochen von der Phase des Weltuntergangs. Für uns klingt das zunächst wie Katastrophe. Alles ist aus. Aber eigentlich ist das existenziell ein Glücksfall, weil es die Zeit der Vereinheitlichung ist, dass die Zeit des Rückgangs der Vielfalt von Welterscheinungen, die Zeit der generellen Harmonisierung, der Aufhebung von Gegensätzen, das Hellerwerden des Daseins, dass das Ende der Sinnenwelt, die Entwicklung zu allgemeinem Bramischen Dasein. Und von dem Bodhisattva heißt es, dass jetzt er einer der Leuchtenden genannt wird. Das ist eine bestimmte Kategorie von Brahmas auf der zweiten Daseinsebene im Bramischen Bereich. Und das ist zu dieser Entwicklungszeit des Kosmos insgesamt, wenn man so will, die unterste Möglichkeit, wie ein Wesen überhaupt erscheinen kann. Sie ist bestimmt von Meta und Karuna als den tragenden Herzensverfassungen. Darauf beginnt die Phase der Weltneuentstehung. Das klingt wiederum in unseren Ohren, endlich geht es wieder aufwärts. Aber eigentlich ist das die Zeit des schrittweisen Niedergangs. Warum? Weil jetzt die Welterscheinung sich wieder vervielfältigt. Die Welt breitet sich wieder aus. Die Welt differenziert sich wieder aus. Die verschiedenen Daseinsebenen einschließlich der Sinnenwelt tauchen wieder auf. Man kann sagen, das ist eine Zeit der Verdunklung des Daseins, mit allen Konflikten, die darauf im Laufe der Entwicklung entstehen, mit allen Problemen, mit der wiederkehrenden Dominanz von Gier und Hass. Der Bodhisattva ist, wie wir sehen, ebenfalls in diesem Abwärtstrend. Er hat sich nicht freigemacht. Aber sein Metapotential ist noch da, wenngleich es sich auch schon abschwächt. Jetzt ist er, muss er es in Anführungsstrichen sagen, nur noch auf der Ebene eines einfachen Brahma wieder erschienen, aber dort immerhin mit einer Spitzenposition. Er ist der Chef sozusagen im Laden der Maha Brahma. Weiter geht es. Also wir sehen beim Bodhisattva, dass sein von Metta geprägtes Chitta lange, lange Nachwirkungen hat, auch in der neu jetzt aufkommenden Sinnenwelt. Da ist er die herausragende Persönlichkeit bei den Göttern der 33. Er ist, wie er selbst sagt, oft und oft Herrscher in diesem Bereich gewesen, der Herrscher mit Namen Sakko. Und die Eigenschaft dieser Herrscher ist ja eben, dass sie keine tyrannischen und selbstsüchtigen Diktatoren sind, sondern dass sie mit Wohlwollen und Fürsorge für das Ganze ihre Aufgabe übernehmen. Und wir hören auch, dass die karmischen Folgen schließlich der menschlichen Wiedergeburt vorzufinden sind. Die Metta-Haltung als Ursache beim Bodhisattva für Vielfaches Wiedererscheinen als Weltenkönig, als Chakravati. Wer das Chakravati-Sutta kennt, weiß, dass da die Eigenschaften eines solchen Königs ähnlich beschrieben sind. Seine Regierung ist auf das Recht gestützt. Er hat stets des Wohl aller im Auge. Bedürftige sind materiell von ihm unterstützt. Lange Rede, kurzer Sinn. Metta ist in allen Bereichen seines Wiedererscheinens die tragende Kraft. Das mag mal genug sein, zuerst zu den positiven Aussagen von Metta. Man könnte sagen als Resümee, nun, gute Metta-Aussichten. Ich sage, umso mehr, je intensiver diese Herzensqualität kultiviert und je tiefer sie verankert ist. Man kann die heilsamen Wirkungen von Metta kaum überschätzen. Sie führen unmittelbar an die Tür zur völligen Freiheit. Ich möchte abschließend mit einer Strophe aus dem berühmten Metta-Sutta. Das fasst die Ausrichtung und innere Haltung noch einmal zusammen. Und die besteht in universellem, ausnahmslosen Wohlwollen. Ich habe diese Zeilen ausgewählt, weil ich eine Besprechung des Metta-Sutta noch einmal vorhabe. Das ist also ein kleiner Vorblick jetzt auf die Fortsetzung und Abrundung unseres Themas, die im nächsten Monat erfolgen soll. Bis dahin mit Metta-Chitta. Alles Gute. Bis dahin mit Metta-Aussichten. Untertitelung des ZDF, 2020